Hallo und herzlich willkommen zurück zu TET mit dem Snape Hallo dem Rebirth Yo Happy Birthday Detective drummer dem Traitor Hallo dem Reaper und dem Fuchs Snape geht auch weg Möchen Echse Yo So, das war mal als Detective Ja, gib Du kannst mir gern geben, wo bist du? Oh, keine Ahnung, ich höre mich hier nicht aus Bei irgendwelchen Treffen Oder, na gut, nee, Reba Reba, du bleibst hier und ich geb dir die goldene Digge Reba Soll Reaper dann mal auf mich schießen? Nuca Cola Ah, der Kuchen Da kann man leider nicht nehmen Hm Okay Wo ist denn hier das Büro vom Aufseher? Wann war? Hast du grad in Snape getanzt? Ich hab gar nicht getanzt Das ist doch nicht normal, ey Das ist das erste Runde Das ist das erste Runde Hatte ich irgendjemand eine goldene Digge? Hatte ich irgendjemand eine goldene Digge? Hatte ich irgendjemand eine goldene Digge? Ja, Wollte sie ja eigentlich mir geben, oder nicht? Ja Ich würde mich als freiwilliges Testobjekt bereitstellen Ja, hier ist Reaper Ist der dran Snape vielleicht? Leute, da hat jemand geschossen Mit einer Shotgun Hier ist jemand tot Wo? Ah, ich kenne mir die hausen Menschen Reaper war schonmal nicht Der ist in die andere Richtung Der ist mir entgegengekommen Der ist mir entgegengekommen Ja, es war eine normale Shotgun, oder? Reaper steht doch gerade ein bisschen dämlich rum Ich mach meine Kippe geradeaus Naja Hier ist noch eine Leiche Snape Das war beides derselbe anscheinend Ja, ich mach meine Kippe geradeaus Jawoll! Ich mach meine Kippe geradeaus Bei euch beiden Traders die scheiß die Kippe Ich mach grad meine Kippe auch Ich hab ja extra schon gesagt Reaper schießt immer mit der goldene Digge auf mich Das hätt ich mir da zugelassen Und wer von euch hat mich hinterrücks erschossen? Dann wär Reaper Proven gewesen Ja, Reaper hat fast alle weggemacht Ja Okay Reaper, ne Oh, ich hab's gerade gemacht Oh, ich hab's gerade gemacht Aber Reaper ist der unbedingt in den Rest Sorry, ich war ganz schön im Weg Weißt du, du wirst du selber gerade mal rauchen und denkst dir Okay, lass dir die Kippe ausmachen Und dann kommt so Das mit der Kippe ausmachen war richtig Ich war mit dem Kippe ausmachen Na, okay Okay Aber Reaper Ich nehm leider nicht auf So könnte man das sehen Genau in dem Moment, wo du Lusit hat ohne Felskam halt Reaper, genau in dem Moment, wo du Drummer getötet hast Hab ich gesagt Ja, Reaper kann ja an der goldene Digge auf mich schießen Dann hätte Reaper mich umgewachen und verproven Die hab mich unten liegen gelassen Ja, genau in dem Moment hab ich ja mitbekommen, dass du Drummer umgewacht hast Weil der Reaper gerufen hat Und es hat gerufen Und es hat gerufen Und es hat gerufen Und es hat gerufen Ja Oh, wann war Hi Oh, hier, wenn ich sterbe, ist es Echse im Trink Ja, Drop Ich will sie auch freiwillig haben Vielen Dank Vielen Dank dafür So, okay Echse hat die doch in Wege Äh, ja Dann ist es dir überlassen, auf wen du schießt Oh, was ist es? Sanse, Sanse Perilla Ja, aber ich hab halt auch kein Und Wasser Ich neigert sich neben jemand Sanse Ey, die kann man nicht ausnehmen Dann nehm ich halt ein Wasser mit Dann nehm ich halt ein Wasser mit Nimm nur das Wasser Wander muss ja mal ein Trader sein, der war heute noch gar kein Trader, oder? Dann müsste ich ja eigentlich 20 AP kriegen, ne? Ich müsste 20 AP kriegen, ne? Ich müsste 20 AP kriegen Weil ich ein Wasser in der Hand habe Aber wie ist es auch hier, okay Kann ich dir gern zeigen Das sind Blitze Okay, wenn ich Wander nicht finde Aber vorher stirbt, dann ist Greer, dass der nächste auf dich nicht schießt Ja, und nee, wer ist dann? Wo hab ich die denn her? Ähm Oh, nee, ich nehm den Ich hätte sie schon länger schießen können Ja, ich weiß Wo ist Wander denn? Ich tippe einfach mal diese Runde, sind Wander uns Nein Warum soll ich das? Oh, oh, oh Ich tipps einfach mal Ne, ich frag Ich stell dir jetzt mal die wichtigste Frage im GeoAT Ja, warte, 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 warte Musst du mich erstmal hinsetzen, ja? Ihr seid nicht bald später Also Warte, ich muss mich schon erstmal hinsetzen Du seid mir Doch So Wer ist unverkennbar und immer Der oberste Aufseher der Vault Dem, dem wir unser Leben anvertrauen Der Aufseher Der Aufseher Der Aufseher Der Aufseher Oder der Aufseher Ähm Die Antworten gibt's nur dritte Dritte Ne, die gibt's viermal Was überlegen Was überlegen Was ist Ähm Das ist Ähm Keine Ahnung Könnte richtig sein, ist aber gleich falsch Alter, warte mal wo ist du? So Wie wird's? Mal Kipp Du kriegst du als, äh, Beruf, all dem Dimmelabfuhr Was? Warte, ich lass mich halt aussehen Lich das Buch der Wissenschaften Christe drei, äh, Wissenschaftspunkte Warte, ich lese Das Buch der Wissenschaften Okay, wie über ist es? Hallo 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 Hey, wo bist du? Ui Da geht's ja ab Uiuiui Okay, also wann war es der andere? Ich wollte auf den Schießen mit der Gold Hey Leute, ich geh jetzt, ich geh jetzt einfach ins Öldland Ich geh jetzt in Megatron So Ich bin weg Ach, Fuchs Da hast du ja auch noch nie Warum ist er tot? Warum ist er tot? Direktiv Okay, also Fuchs ist mehr proven als du Strahlenkrankheit Oh Gott, hier hab' ne' Strahlenkrankheit, nein Ja, die weg ist gleich so irgendwie, keine Ahnung Grievous, Spotter war vor aus dem Bau Fuchs, geh mal woanders hin Hä, wo ist denn hier das Tuner? Bist du sicher? Du musst gleich erschossen lassen Äh Das ist der Snail Falls du noch wer lebt Ist das, ist das der... Warum ich? Warum ich? Ist das der Orbital Friendship? Ist das der Orbital Friendship? Warum soll ich das jetzt sein? Ja, der Snail War schon so klar, weil er hinter die Ecke gegangen ist Was in der Frechheit, ey Aber gut, dass er mich weggeschickt hat Oh, das sieht irgendwie nicht so gesund aus hier Ja, 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 Fuchs Ey, du bist das Du bist das Ja, wenn wir uns beide sehen Nächste Folge geh' ich da mal durch Ja, ja, dann guck' mal Ey, guck' mal, wenn wir uns sehen Ja, dann guck' mal Ja, Jun, guckst du Wo sag' die denn so? Ist mein Mikrofon überhaupt an? Oh ja, ist das Ja Nein, nein Komm, komm, komm Wer bist du denn? Das sieht aber komisch aus Was? Keine Ahnung Was? Keine Ahnung Das ist irgendwie Keine Ahnung Das hat sich materialisiert vor mir Aber ich weiß auch nicht warum Ach, keine Ahnung warum Guck' mal, was passiert Keine Ahnung Keine Ahnung Du Fuchs Ja Das sieht schon aus Komm Ach, komm Voll U Ich kann nix mehr machen Doch bei Repas leicht so ne Ins hier oder so Sonst hab alles noch zu lange Geht in die Konsole Kill ein Ach, so, das ist der Kill Wie häufig ist die Konsole? Das ist Nail Oh Mann, Snell Den zieht man auch gar nicht Oh Gott, ey Hä, wo seid ihr denn? Warte 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 mal, ich mach das Falls das geht Warte, warte Ich glaub ich hab's gelöst Glaub ich Du hast gelöst? Es redet, es redet Es redet Funktioniert das Ding wieder, Axel? Wie geht's über die Konsole? Ne, geht nicht Wie geht's über die Konsole? Warte mal Derjenige muss Kill eingeben Einfach Konsole aufbacher, F10 Achso, Snell Das geht auf, Spektak Der hatte den Deckel einfach mal Der hat sich auf den Boden verwandelt Das war merkweilig Oh Ich hab die ganze Zeit aufgewartet Dass Snail wieder sichtbar wurde Der wurde einfach nicht wieder sichtbar Ich hab auch drauf gewartet Aber der Prop des Kaiser Snail hätte den ne Millisekunde früher gemacht Dann hätte der Fuchs das gar nicht mitbekommen Ne, ich glaub schon Ne, ne, ich glaub nicht Ne, ne, ich glaub nicht Ne, ne, ich glaub nicht 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 ist dann gerade ja so sind ich weiß drei Sekunden hätte machen müssen aber er hat sich er hat nur gemacht wenn er sich erschreckt hat aber auch schön ist das ich habe geguckt nur ob der rüber noch Punkt hat das ist aber echt schön ich fand Snaja mit auch schon verarscht seit dem Benutzer ich hab Snaja mit schon verarscht und seitdem benutzt er es seitdem ist ein Lieblings-Item oh da ist es mit dem G.O.A.T Oh was ist das? Today the Goat na ja ja genau generalisierter Orientierungs- und Assessment Test oh oh da kennt sich aber einer aus ja ich war immer froh wenn ich den endlich durch hatte diesen Scheiß Test ach ja ich finde immer die Leute lustig die sagen oh das sind wirklich Maschinen die getroffen haben wir wenn wir drauf sind oh wer ist denn hier? ich glaub der ist tot ja gut Grievous hat ihn gekillt yo und ich hab ihn drauf geschossen du hast du hast warte mal du hast nicht mehr drauf ne 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 der war um die Ecke Grievous hat allein drauf geschossen ich hab ihn nicht richtig durchgeschossen hallo ich hab ihn nicht richtig umgeschossen hallo? damit die Golden Eagle auf Hast du sie aufgesammelt, siehst du ja, siehst du ja, sie solltest du ja aufsammeln, falls du was in dem Zord hast oder so. Ich verpralkediere mich hier. Was, was machst du? Verpralkedieren? Lieg da vorne. Also Grievous ist berufen, wer es jetzt nicht mitbekommen hat, und das ist hier der Drummer. Äh, wer ist berufen? Ja, war der Tür weg, Alter. Drummer ist jetzt auch berufen. So ist Drummer proven. Weil er wiederbelebt wurde. Achso, okay. Grievous, du weißt, was passiert, wenn man mir zu nahe rückt, ne? Der ist aber proven. Also dann Echse, Fuchs oder Reaper. Äh, ich bin Detective, Snay. Also dann Reaper oder Fuchs. Es ist Snay, Fuchs oder Reaper. Nein, Reaper oder Fuchs. Ich denke, Snay ist es schon wieder. Verrungwohl. Hä? Snay ist jetzt nicht Proven Trader, aber ich vertraue einfach Snay jetzt diesmal. Ey, was ist hier los? Oh. Snay, lol. Ich geh mal lieber weiter. Snay verpralkediert's euch. Ja. Ja. Damit du mich nicht umbringst. Ach übrigens, Wanbar. Das kriegst du jetzt auch noch. Du darfst ja nicht wiederbelebt werden. Fuchs, geh mal da rein. Fuchs schießt! Fuchs schießt! Fuchs schießt! Hallo Reaper. Komm, wir killen Fuchs. Komm mit! Ist gerade da hinten. Wo ist denn der Fuchs? Wo ist er denn? War irgendwo hier. Was da? Ne, war über uns. Schüsse gehört. Oh, das war das Verarschen von Snay. War das gerade nicht ich, oder? Der Fuchs sagt aber auch nichts mehr. Ja. Also wenn ich einen der beiden sehe, dann stirbt er. Ja, vielleicht hat Snay ihn erschossen und sagt dann... Ja, deswegen sag ich ja, wenn ich einen der beiden sehe, dann stirbt er. Mir egal wer. Und Wanbar kann ja eh nicht wiederbelebt werden, also von daher... Hat er eh nicht viel zu tun. Ja, ja, Snay ist tot. Okay. Wo? Oh, nein! Alter! Wo denn? Alter! Wo kommst du her? Ja, leck mich am Arsch. Aber hast du einen kleinen Schock bekommen, wa? Das Ding war einfach, ich hab Drummer erschossen, weil ich da irgendwie gesehen hab, dass ich alleine war und Drummer war mir im Blau war. Du hast auch gedacht. Ja, das war so ein richtiges Gedacht. Wirklich, das war fast daneben. Ich gib's zu, das war echt so ein richtiges Gedacht. Das hab ich nie gesehen, ey. Ja, aber ich hab vergessen, dass ich noch nachladen musste. Ja, hast du wieder Schott dran, oder warst du mal wieder vergessen nachladen? Nein, ich hab ja, ich hab ja an Snay mich, also leer geschossen. Und dann hab ich mich als Baron daneben gestellt. Dann kam er und dann wollte ich, hab ich mich enthard hinter ihm. Und wollte dann abdrücken und dann klick, 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 klick. Dann hat er sich umgedrückt, aber er hat so einen Schock bekommen. Und ich dachte, ach scheiße! Ja, der steht dahinter. Ja, okay, Ska. Ist das? Ein Fall. Ska. Ich wollte in die Scheibe, da bin ich schon wütend. Wer ist runtergegangen? Runter? Wer ist runter? Aber ich glaub ich gern testen. Hey, wir waren noch zu siebten, oder nicht? Wie gesagt, mein Spiel ist ja da. Test, 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 test! Äh, machen wir ihn nicht. Testen? Nicht? Okay, leider nicht. Ja, es sind ja trotzdem noch zwei Tee, ne? Na gut, aber wenn ich jetzt schade, ist das Fuchs. Ja, ich guck weg. Ah, komm mal bitte bleib. Komm, wir brauchen... Ne, ne, das geht leider nicht. Geht leider nicht. Hast du versprochen, da hinzukommen? Oh, meiner Wahl? Ja, wir warten mal bis. Ja, wir warten mal bis. Ja, versprechen kann man auch mal brechen. Ich hab schon extra 22 Uhr, also nicht 22, bis maximal 22 Uhr gesagt. Ja, siehst du, kannst ja noch mal spielen. Ey. Ja, ich hab ja noch Hinfahrtszeit, ich kann mich ja nicht TP'n. Doch, kannst du. Dann... Bis wann war? Dann sag einfach, ja, ich fahr um 22 Uhr los. Ich kann natürlich sagen, ich geb in die Konsole ein, so TP, wann war... Location? Aber prinzipiell nicht. Ja, TP, wann war Party? Wer weiß. Dienst Buch der Elektronik! Buch der Elektronik? Oh, komm. Warte, Buch der Elektronik! Nein, weg damit! Wenn du das liest, dann kriegst du 3 mal 3 Punkte auf, ich glaube, Energiewaffen. Oh Gott. Dann bist du besser damit. Oh, Reaper! Okay. Holy kann du Reaper sein. Holy kann du Reaper sein. Diablo 3 ist es. Kann man schon. Noll, wer war der zweite? Wir haben nur einen Traitor gehabt. Ey, Snail, fein. Dann war Grievous bestimmt Traitor, ist aber vom Server geflogen. Ich hab aber die Percentage auf 0.3 gegen... Noll. Du musst auf 0.40 stellen, mal so wenig Leute. 0.34 geht aber bei 6 Leuten. Dann sinds über ein Drittel. Rechnerisch müsste es gehen. Dann dürften es 2 Leute sein. Normal, normal ging es auch immer. Hm. 0.34. Aber ich glaube, das war jetzt auf 0.3 aus welchem Grund auch immer gestellt. Das ist natürlich sonderbar. Aber jetzt dürfts 2 Traitor geben wieder. 2 Traitor. 2 Traitor. 2 Traitor. Weil ihr so schön mir die Märtyrergranate gekauft gehabt. Und dann wunderte ich mich, warum keiner irgendwie da das sagt. Weil ich die OM gedrückt habe. Ich drückt das. Oh, okay. Da fehlt was. Eine Sword of. BoHighku. 0.34. Ich wüsste nicht, dass es so was auf dieser Karte gibt. Baba, schießt. Doch, habe ich schon zweimal gefunden. Wandva. Es gibt hier alles. Wenn du andere Waffen finden institlimited ein Tajikans ausmordest, bis du's hau appelle Sword off. Ja. Schießt wieder Fuchsflasher. Fuchs! Fuchs, okay. Fuchs. Nein, versteckt dich nicht. Er steckt dich da nicht. Alter, was treib denn da alle? Das frage ich mich auch. Wann war, lebst du noch? Ich lebe noch, ja ja. Also der Puck scheint immer auch noch zu nehmen. Wann war? Ja, das war klar, dass du auch bist. Da liegt ne Leiche und du... Oh man. Hä? Oh, da hat der... Nein! Nein! Sehr schön, der Puck, sehr schön, sehr schön! Ja, das Problem war, ich hab durch die Treppe geschossen und er hat keinen Schaden durch die Treppe bekommen, obwohl der Kugel durchgeht, glaube ich, oder? Ach man, schade. Ich dachte einfach, rumhüpfel, rumhüpfel, wird schon klappen. Ich dachte, wenn ich schon nicht sah, wieso doch wäre das dann? Das sah auch richtig schön aus. Ich denke schon, oh scheiße, jetzt warst du, er hat 8 Schuss und du hast verballert, musst nachladen, oh Kocke. Er versteckte sich so nicht. Ich guck da oben durch die Treppe durch und es sah so voll merkwürdig aus, dass meiner Sicht hier, jetzt wäre da kein Boden, sondern du ständest direkt neben mir. Sie gehört so merkwürdig. Ja, er stand halt neben sich, ne? Ja, aber trotzdem, trotzdem hab ich's geschafft. Mein Spiel will nicht. So, ich kann nicht sterben, ich mach mit Stimpact dabei. Warte mal, du spielst danach wirklich noch ne Runde hier mit. Oh Gott, drei Mal, nein. Oh nein, noch nicht. Oh, das ist richtig, okay. Im Herzen bin ich doch bei euch. Mein Spiel startet immer noch nicht. So, braucht jemand 40 oder 70 Leben, je nach Medizinfähigkeit. Oh, getasert. So, ich geb ihm ein Stimpact. Das ist Polizeigewalt. Das ist Polizeigewalt. Nee, nee. Wie er sich entdeckt. Diese Polizeigewalt immer. Äh, yes, nee, hast du wenigstens Stimpact. Wo ist er denn hin? Ich kann euch überlaufen. Nein, nein. Ich kann euch überlaufen. Ein Toaster. Ich kann euch überlaufen. Oh, jetzt häng ich schon weg. Oh, jetzt häng ich schon weg. Jetzt häng ich schon weg. Jetzt häng ich schon weg. Neu. Also, der lebt noch 100 Prozent. Oh, was passiert? Alter. Alter. Ich seh ihr Blut. Ich seh ihr Blut. Alle tot. Alle sind tot. Der Dieter ist tot. Der... Hä? Ist tot? Leider kann ich. Wer lebt denn noch? Fuchs? Ja, ich lebe auf den Pfeil auf. Meine Frage ist, ey, kannst du daraus schießen? Versuch's mal. Kann's auf den Boden schießen. Kann's auf den Boden schießen. Zieh mal auf den Boden und guck, ob Einschusslöcher kommen. Schieß mal. Du schießt nicht. Du schießt nicht. Der bleibt schon wieder die ganze Zeit auch an einen Ort. Nee, du schießt nicht. Nee. Was? Schieß mal. Nee, du bist der letzte inne. Psch. Das ist doch nicht so. Wir schießen. Wir schießen. Wir schießen. Wir schießen. Wir schießen. Schieß auf den Boden. Versuch's mal. Ob du schiffst. Oder kannst du nicht schießen. Antworten doch mal. Was? Was? Ob du schießen, Hans, oder nicht. Aber Echse. Ja. Kannst du schießen, auch trifft nix. Okay, gut. Dann geh ich einfach. Okay. Ah. Geht wohl nicht anders. Leider. Ja. Immer wieder Snail. Er hat wieder die Decke festgesteckt. Ach ja. Was ist denn noch neu? Aber komm lass Eek. So. Ne? Verabschiedung. Komm Rieber Eek. Yo, ich würde auch sagen. Tschau. Tschüss. Tschüss.